Hallo Leute, ich bin Regina und in einer ziemlich bescheuerten Situation, denn ich schätze, dass ich gleich sehr nass und meine Perücke verlieren werde. Und dann fliegt der ganze Schwindel auf. Was los ist, wollt ihr wissen? Okay Leute, haltet euch fest! Who's My Girl heißt der Film, den ihr unbedingt sehen müsst. Wach sie an wie Lionel Richie! Bringt euch die Gegend wie dieser verrückte David Lee Roth. Sei hemmungslos, von mir aus reißt ihr das Hemd runter und schmeißt es in die Menge. Aber lass es dir wiedergeben, wir haben kein zweites mit. Also, wie ihr gerade mitbekommen habt, bin ich der Manager von diesem heißen Rocksänger. Und da ich ihn ganz groß rausbringen will, habe ich ihn bei einem Talentwettbewerb angemeldet. Okay, der Gewinner ist Brian Peters aus Blessing Falls, Missouri. Und weiter geht's mit... Brian Peters! Oh, das sind wir! Haha, Paul, ihr wollt mir kommen! So turn it up! All the way! Doch meine Freude über den Gewinn bekam einen Riesendämpfer. Die Säcke aus Hollywood wollten Brian mit einer Freundin sehen und nicht mit einem Manager. Da kam ich auf die rettende Idee. Ihr zwei seid ein ungewöhnliches Paar. Wir sind so ungewöhnlich, das fragen Sie nicht zu träumen. Würden Sie sich lebenswürdigerweise einen saftigen Kuss geben für unsere Fotografen? Ja, und dann kam es auch noch, wie es kommen musste. Mein Brian verknallte sich, statt sich um seine Musik zu kümmern. Melanie Williams on my mind. Was ist das? Wir werden ein für alle Mal ihre kleinen Barthärchen entfernen. Wir gehen mit der Elektrosange an die Würselchen und bumm, ziehen sie alle raus. Und dabei fing er gerade an mir zu stehen. Oh, bitte warte, warte, warte. Ich habe noch eine Überraschung für Regina. Regina, Telefon, deine Freundin Tasha. Ja, ich richtig. Ist da Tasha? Sie möchte bitte warten. Ich bin gerade beim Hemdewaschen. Sag ich, ich komme gleich. Und dann hat es zu allem Überfluss auch noch mich erwischt. Bravo, Regina. Und nun geht durch einen Kuss für die Kamera. So ein verfluchter Betrüger. Was ist denn? Na, dieser Blonde, das ist mein Brian. Jetzt kam aber erst der Ärger. Seine Braut dachte, er wäre mit mir durchgebrannt. Und mein Mädchen dachte, ich hätte sie mit mir betrogen. Und deshalb stehe ich jetzt hier oben und werde gleich frühscht vor Baden gehen. David Halliday ist Brian Peters. Und TK Carter ist Reggie. Regina. Oh nein, shit. Beziehungsweise Regina. In He's My Girl. Die frechste Rock'n'Roll-Komödie seit Jahren. Die frechste Gravity. Blonde aufmü întânen. Die frechste Rock'n'Roll wie ach stress.